Von Roland Peters, Europa Der 1 FC Köln steht mit der aktuellen Saison bereits in den Geschichtsbüchern des Fußballs. Die Spielzeit bringt den Klub in die Nähe von Tasmania Berlin, beendet seine längste Trainer-Ära und lehrt mich ein neues Gefühl. Nach einer Stunde spielt Sergio Erasi einen Doppelpass mit Milos Jojice, zieht mit einem Sprint in den Strafraum und fällt inmitten von zwei Londoner Gegenspielern. Der Schiedsrichter zeigt in Richtung Tor. Ich springe auf, brülle vor Aufregung, doch der Block um mich herum, ob er rang gegen Tribüne, bleibt seltsam still. Das Stadion in Köln-Müngersdorf befindet sich in einer Art Schockstarre. Der Videobeweis hat in Köln Spuren hinterlassen. Habe ich mich geirrt? Gibt es doch keinen Straf, sondern Abstoß. Der FC Arsenal auf dem Rasen protestiert kaum. Roland Peters ist Redakteur und Autor bei n-tv.de. Sonst befasst er sich meistens mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sein Heimatverein 1 FC Köln hat ihn nun erstmals mit nach Europa abgenommen. Deshalb schreibt er hier als Fan. Die Mannschaft, meine Mannschaft des 1. FC Köln hat davor wie die Maus vor der Schlange reagiert, aufgekratzt, um ihr Leben rennend, aber chancenlos. Doch Geo Irasi bleibt cool und schießt den Ball mit Karacho in die Tormitte. Der Rest ist Abwehrschlacht und ein surrealer Sieg gegen Arsenal in der Gruppenphase des UEFA-Pokals 2017-18. Der Erfolg hat dem Verein nichts gebracht. Köln ist trotzdem ausgeschieden. Das Endspiel bei Roter Stern Belgrad wurde verloren. Was habe ich als Fan davon, alle Pokalpartien einer Mannschaft zu begleiten, die ohnehin zum Verlieren verdammt ist? Warum sich in Europa eine Hoffnung hingeben, die eine Illusion ist? Ausschnitte aus einer Saison, die für den 1. FC Köln und seine Anhängerschaft schon jetzt historisch ist. Wegen des schlechtesten eigenen Bundesliga-Staats aller Zeiten, wandelt der 1. FC Köln auf den Pfaden von Tasmania Berlin. Die Amateure aus der Ost-Enklave der Bundesrepublik, siegten in der gesamten Saison 1965-66 zweimal und spielten viermal Remy. Das Torverhältnis betrug am Ende 15 zu 10-8. Tasmanias Scheitern war ein Abstieg für die Ewigkeit. Davon war die Fußballwelt überzeugt. Bis sich der FC im Mai für seine erste UEFA-Pokalsaison seit 25 Jahren qualifizierte und zugleich aufhörte, torgefährlich zu sein. Die bisherigen nationalen Misserfahrungen